Die Herzen der Fans von Helene Fischer und Florian Silbereisen schlagen höher, denn eine lang ersehnte Nachricht ist endlich Realität geworden, das Traumpaar erwartet ein Baby. Diese freudige Verkündung hat für Begeisterung und Aufregung in der Schlagerwelt gesorgt. Doch wie bei Florian und Helene nicht anders zu erwarten, endet diese Geschichte mit einer überraschenden Wendung, die niemand kommen sah. Die Enthüllung fand bei einem exklusiven Interview statt. Das von einem bekannten deutschen Fernsehsender ausgestrahlt wurde. Helene und Florian, die sich sonst in Bezug auf ihr Privatleben eher bedeckt halten, strahlten vor Glück, als sie über ihre Pläne für die Zukunft sprachen. Die Atmosphäre im Studio war von Wärme und Vorfreude geprägt eine perfekte Bühne für eine Ankündigung, die die Fans ins Herz treffen sollte. Während des Interviews erzählte Florian von den aufregenden Momenten, die er in letzter Zeit gemeinsam mit Helene erlebt hat. Es gibt nichts Schöneres, als die Vorfreude auf das, was kommt, sagte er mit einem Lächeln, das alles verriet. Helene ergänzte, ich freue mich darauf, dieses Jahr ein Baby zu bekommen. Es ist ein Traum, der wahr wird, und wir können es kaum erwarten, unser kleines Wunder in den Armen zu halten. Die Reaktionen auf diese Nachricht ließen nicht lange auf sich warten. In den sozialen Medien explodierten die Kommentare vor Freude und Begeisterung. Endlich! Helene und Florian als Eltern, das wird einfach wunderschön, schrieb ein Firma auf Instagram. Die überwältigende Unterstützung und die unzähligen Glückwünsche zeigen, wie sehr die Fans hinter dem Paar stehen und sich auf die kommenden Ereignisse freuen. Doch während die meisten dachten, dass dies bereits die größte Neuigkeit des Abends war, sorgte eine weitere Ankündigung für eine Überraschung, die selbst die eingefleischten Fans sprachlos machte. Als das Interview sich dem Ende neigte, tauschten Helene und Florian einen bedeutungsvollen Blick aus, bevor Florian mit einem schelmischen Lächeln sagte, es gibt da noch etwas, das wir euch verraten möchten. Die Spannung im Raum war förmlich greifbar, als Helene fortfuhr, wir haben lange darüber nachgedacht, wie wir diese besondere Zeit noch unvergesslicher machen können. Und wir haben uns entschieden, wir werden nicht nur Eltern, sondern auch heiraten noch bevor unser Baby zur Welt kommt. Die Reaktionen auf diese doppelte Überraschung waren überwältigend. Das ist einfach unglaublich. Erst ein Baby, jetzt auch noch eine Hochzeit, das ist das Märchen, auf das wir alle gewartet haben, schrieb ein begeisterter Firma auf Twitter. Die Vorfreude auf die bevorstehende Hochzeit und die Geburt des Kindes könnte nicht größer sein. Mit dieser unerwarteten Enthüllung haben Florian Silbereisen und Helene Fischer gezeigt, dass sie nicht nur musikalisch, sondern auch als Paar perfekt harmonieren. Ihre Liebe und die bevorstehende Familiengründung sind ein neues Kapitel in ihrer gemeinsamen Geschichte und die Fans sind gespannt darauf, was die Zukunft noch alles für dieses Traumpaar bereithält. Diese Geschichte zeigt einmal mehr, dass wahre Liebe alle Hindernisse überwinden kann und dass Florian und Helene bereit sind, ihre gemeinsame Reise mit Freude und Optimismus fortzusetzen. Die kommenden Monate versprechen voller emotionaler und unvergesslicher Momente zu sein sowohl für das Paar als auch für ihre treuen Anhänger.